Wo es Autorität im Bereich des Geistes und des Herzens gibt, da ist keine Liebe. Die Liebe ist unaufrichtig. Es gibt kein tiefes Gefühl von Zuneigung, Liebe und Fürsorge. Um herauszufinden, wer die Wahrheit sagt, suchen Sie nicht die Wahrheit, zweifeln Sie an, denn die Wahrheit ist nicht etwas, dem Sie zufällig begegnen. Die Wahrheit kommt nur, wenn der Geist vollkommen frei von all dem ist. Weil Sie dann Mitgefühl, Liebe haben. Nicht für Ihren Guru, Ihre Familie, Ihre Ideale oder Ihren Retter. Liebe. Ohne jedes Motiv. Und wenn diese handelt, handelt sie durch Intelligenz. Die Wahrheit ist nicht etwas, das man jemandem abkauft. Sie alle, östliche und westliche Gurus, sagen, Sie sagen, man muss sich selbst ein Licht sein. Das ist eine sehr berühmte Redensart in Indien, seit Alters her. Und Sie wiederholen sie. Und dann fügen Sie hinzu, aber Sie können sich selbst kein Licht sein, wenn ich es Ihnen nicht gebe. Sie sind alle so leichtgläubig, das ist es, was nicht richtig ist. Alle wollen etwas. Die Jungen und die Alten. Die jungen Leute. Weil die Welt zu grausam für sie ist. Zu entsetzlich. Was die alten Generationen aus der Welt gemacht haben. Sie haben keinen Platz in ihr. Sie sind verloren. Also nehmen sie Drogen. Trinken. Alles mögliche geht mit den jungen Menschen in der Welt vor sich. Kommunen, Sexorgien. Flucht nach Indien, um jemanden zu finden, der ihnen sagt, was sie tun sollen, dem sie trauen können. Sie gehen dorthin, jung, unverbraucht, nicht wissend. Und die Gurus geben ihnen das Gefühl, dass für sie gesorgt ist, dass sie beschützt und geführt sind. Das ist alles, was sie wollen. Das können sie nicht von ihren Eltern bekommen, ihren Priestern, ihren Psychologen, weil die lokalen Priester, Psychologen und Therapeuten ebenso verwirrt sind. Also reisen sie in dieses gefährliche Land Indien und verfangen sich dort. Zu Tausenden. Sie suchen. Sie suchen Trost. Jemand, der sagt, ich sorge für dich. Ich werde die Verantwortung für dich tragen. To dies, to das. Das ist ein glücklicher, angenehmer Zustand. Sie sagen auch, sie können machen, was sie wollen. Sex, trinken und so weiter. Die ältere Generation ist in genau derselben Lage. Nur drücken sie es viel gepflegter aus. Sie sind dieselben. Die jungen und die alten. Können sie das sehen, dass das andauernd in der Welt abläuft? Aber niemand kann einem anderen Führung oder Licht geben. Nur sie selbst. Das Licht kann ihnen nicht gegeben werden. Sie müssen ganz allein stehen. Und das ist, was den Alten und den Jungen Angst macht. Wenn sie aber irgendetwas angehören, irgendjemandem folgen, sind sie bereits korrumpiert. Wenn sie das sehr tief verstehen, mit Tränen in ihren Augen, dann gibt es keinen Guru, keinen Lehrer, keinen Schüler. Dann gibt es nur sie als einen Menschen, der in dieser Welt lebt. Der Welt, der Gesellschaft, die sie geschaffen haben. Und wenn sie nicht in sich selbst etwas tun, die Gesellschaft würde ihnen nicht helfen. Im Gegenteil, die Gesellschaft will, dass sie bleiben, was sie sind. Verstehen Sie das alles? Also gehören Sie nichts an. Keine Institution. Keine Organisation. Folgen Sie niemandem. Seien Sie niemandes Schüler. Sie sind ein Mensch, der in dieser schrecklichen Welt lebt. Und da sind Sie als Mensch, der die Welt ist und die Welt ist Sie. Sie müssen da leben, das verstehen und über sich selbst hinausgehen.